...Stunden werden durchaus zusammenkommen in Bayern 12 und das ist das absolute Maximum der Ergebnis derzeit. Also hier kann man sich auf einen sehr schönen Tag freuen, dass die 18 Grad in München und auch im Reisgau siebärts in der Lausitz-Gruppe gehen. Daher hat es dann morgen eine Kaltfrontepfäre und diese bringt nicht nur halt Kalt und Luft zu uns, sondern auch noch Niederschläge im Norden, einige die Bitter, ansonsten Schnee, Regen oder auch Schnee in den Bergen oder Regen. Also der Samstag wird eigentlich ein ganz schöner Tag, auch noch nicht der Sonntag, auch kurz ist da schon so ein bisschen hochgefallen, wenn die Temperaturen auch langsam wieder aufwärts gehen. Auch statt schon am Montag, am Dienstag wird es dann richtig schön herrlich sonnig und wilde Temperaturen, zum Teil gibt es im Raum auch bis zu 25 Grad. Ui, das hört sich gut an, 25 Grad und Sonne, dann vergessen wir einfach das Wochenende und starten gleich wieder mit der neuen Woche. Danke, schön mal jeder. Okay, selektives Hören oder wir hören nur das, was wir hören wollen. Und das war noch 25 Grad oben, ja. Und welche bei uns, die EU-Staaten, die wollen nun endlich ein Tempo beim Impfen machen gegen das Coronavirus.